ja moin sind liebe youtuber herzlich willkommen auf meinem kanal da zu john wick gehe ich jetzt gleich rein sie haben jetzt zwar noch nicht aufgeschlossen aber ja diesen diesen raum hier kennt ihr ja schon hier hinter ist denn der der verkauf da dürfen wir leider nicht rein und ja hier vorne sind die ticketschalter die hat ihr das letzte mal schon gesehen hier john wick fsk 18 beton 3 das alles interessiert mich ja nicht und hier läuft den auch noch ein bisschen was anderes und ich gehe jetzt gleich da hinten rein und hier die die nächsten kino premieren die sind hier auch von harrison ford wartet auch schon auf uns der wird mich echt noch interessieren und im westen nichts neues der hat ja zahlreiche oscars abge abbekommen und hier das sagt mir gar nichts die drei fragezeichen und denn hier die ganzen filme die hier noch man da man da teile 2 wird hier noch und kleine meise ganz groß genau wer hätte nicht so eine kleine meise ganz interessant und hier den automaten den hatte ich euch dass das letzte mal gar nicht gezeigt hier mit karte und hier hier unten ist auch noch was hier für die kinder interessant und nun setze ich mich hier jetzt erst mal hin und ich werde berichten wie der film war und ja schon weg 4 ich bin gespannt fsk 18 wir 170 minuten das war es mit dem kleinen video leute haut rein bis zum nächsten mal